hey leute und herzlich willkommen zum stand der dinge nein spaß also mein fenster ist offen und wenn ich mal so ranzumme da draußen also da draußen ist halt so ein geräusch und zwar ein miauen und katzen machen ja miau also ist da draußen eine katze und das nervt und das ist der stand der dinge das wollte ich halt nur mal gesagt haben nein spaß leute ich habe seit zwei wochen wieder schule das ist sehr belastend und ihr kennt das gefühl bestimmt wenn ihr auch schule habt der schon belastend und das ist auch der grund warum in letzter zeit wirklich so viele videos kommen also so viele videos sind eigentlich noch nie gekommen ich habe halt sehr viel zeit kann sehr viele videos machen und ja das ist der stand der dinge und da draußen ist auch so eine katze und das ist der stand der dinge da sind bestimmt auch noch andere tiere draußen also das ist der stand der dinge und ciao